Soweit auszuschließen, dass da irgendwas schief geht, dass sich die Schuhwendel eventuell lösen. Vielleicht erinnern Sie sich an Lindsay Davenport, die hat ja eigentlich bei jedem Wechsel, mittlerweile ist die Mama ja wieder tätig auf der Tour, bei jedem Wechsel die Schuhe neu geschnürt. Aber das war und ist nach wie vor auch so ein kleines Ritual.